Dieser wunderschöne Opel Corsa Collar Edition Turbo könnte schon bald vor ihrer Tür stellen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erleichtern den Einstieg, besonders hinten. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Besonders sportlich die schwarzen 16 Zoll Alufilgen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und Seitenhalt. Hinten finden bequem drei Personen Platz. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Corsa schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Opel Corsa Color Edition 1,4 Turbo und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017